zu viel zum thema jetzt kommt ein bisschen dürfte so weiter geht's so an dieser beute interessiert wäre aber es gibt keine spur von ihm das frage ich mich auch gerade wo der sein könnte mit sicherheit würde ich was wetten dass wir das sind bestimmt noch mal auf den boss treffen okay da geht es nicht weiter aber dort ich bin nicht praktisch ist aber ich kenne mal hier auch aber hier ich bin froh dass richard jackson hier etwas hinterlassen hat und wir fahren mal in den anzug so ausrüstung gucken wir mal da was wir haben damit irgendwas tolles ich bin mir nicht so gut in der verteidigung jetzt will ich doch mal offensiv einfach gehen wir zum was vor dem auf die noch gesperrt wenn wir noch ein level haben inventar ja das brauchen wir auf jeden fall sammlung das sind alles mehrere kreuzspiel und boote kreuzspiel und stüpfling kreuzspiel und schütze so haben wir hier noch ja weiter geht's wie ich jetzt so wie darf ja noch was anderes hier geht's weiter oder auch nicht ja Okay. Was ist das? 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 Ich habe mal ne... Ich hab aber sonst nichts, was ich sagen könnte. sollte erlangen oder was da ist sie die brücke sie ja fertig noch mehr spielen danke so so Oh, alter Verwärter, das wurde aber knapp. Und auch nicht. Geh mich auf die Dicke. Scheiße. Ich bin ein Materialchen, ich habe nichts mehr an den Dings. Lass mich nicht hängen, dass ich jetzt alles nochmal neu machen muss. Jedenfalls ist es richtig gewesen. Da ist sie, die Brücke, sie ist fast fertig. Ja, ja. Oh, der ist jetzt zwei oder was? Das ist nicht wahr. Ja, die Mist wiedergeben. What the fuck, Alter. Wie soll ich das denn hinkriegen? Wie soll ich das denn machen? 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 Wie soll ich das denn machen?